Sie heißt Rojo. Sie kommt aus Miami. Rojo ist ein interessantes Mädchen. Rojo ist ein Sengsohn. Sie ist eine harte, einschüchternde Person. Sie trägt eine zerrissene Jeans. Sie trägt ein schwarzes, bloßes T-Shirt. Sie trägt drei Hafträtten und einen Ohrring. Sie trägt schwarze Haubschuhe. Das Outfit ist geil und praktisch, aber die Jeans sind ein bisschen zu abgezogen.